Hi! Oh, wir können den werfen. Mist, wir haben dich getroffen. Oh, wein doch nicht. Alles wird gut. Oh, sei nicht traurig, Kleiner. Ich wollte ihm gerade was voransingen, um ihn zu beruhigen. Ich wollte ihn nicht antwürgen. Ich wollte dich wirklich nicht belästigen. Es tut mir so leid. Ich hasse Umweltsünder. Hier, so macht man das letzte Generation, ne? Auf die Straße kleben. Ich bitte euch. Fuck you. Es geht. Fuck you! Fuck you! Fuck, 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 fuck you. Oh. Fuck you, asshole! Warum stört die das nicht? Get down! Was können wir denn noch machen? Wir können auf jeden Fall tanzen. Das Dach anheben. Oh, der filmt mich, der Sack. Die kennen ja auch alle keine Privatsphäre, ne? Das habe ich schon gemerkt, als ich bei denen eingebrochen bin und gestohlen habe. Mit der Musik dazu. Guck mal, ich arbeite hier. Ich werde dafür nicht bezahlen. Hi. Dropkick. Das hat wirklich geklappt. Ich glaube es nicht. Ja, das ist es wirklich, aber auch ein bisschen krank. Aus dem Weg. Ich liebe dieses Spiel. Vorsicht. Jetzt laufen sie doch nicht auf der Straße. Ja, mir geht es super. Danke der Nachfrage. Ist das schön, wenn man einen Fahrbahnuntersatz hat. Schade, dass ich polizeilich gesucht werde. Ach, ich verstehe gar nicht warum. Ja, ich bin nur entschuldig. Seht ihr doch. Das ist kein Blut. Das ist, ähm... Scooter-Nektar. Hallo. Sind hier Gefangene? Die ich Misshanden... ...mitnehmen kann? In eine bessere Welt? In eine christlichere, bessere Welt? Sei froh, dass du da drin bist. Sonst gäbe es jetzt Ärger. Fuck you, buddy. Ey, der hat das schon vor mir gesagt. Er ist ein Hellseher. Ich hoffe, niemand öffnet die Zelltür. The right code is... Ah, shit. Haben wir das jetzt geöffnet? Die emergency prison release. Ich wollte nur sagen, ich finde es gut, dass ich vorher sichergestellt habe, dass alle mich hassen, bevor ich diese Tür geöffnet habe. Wie graziös er gestorben. Oh mein Gott. Was ist sein Körper? Was ist passiert? Was macht die denn da hinten? Du denkst auch, ich treff dich nicht, ne? So, guck mal. Hat der gerade die Katze Dampf-Fuck genannt? Ist der gerade auf einer breiten Straße auf eine Katze zugesteuert, nur um sie dann zu beleidigen? Was sind denn da so Gespräche? Also jetzt mal im Ernst, will ich wissen, was auf der Couch passiert ist? Aber schön, dass Febrés daneben steht. Da ist er schon wieder. Ich habe dich gesehen in dem Laden. Das bleibt unter uns, okay? Ruinier das nicht. Was ist das? Tauben! Warum? Warum? Warum sind da so viele Tauben? Was habe ich getan? Was hat mir das gebracht? Wow! What? Ha! Seht ihr die auch? Was zum... Was zum Geil! Meister Schredder sah auch schon mal besser aus. Kommen wir noch höher? Ah, da ist schon wieder ein Gartenzwerg! Ist das gruselig! Was soll das? Ach da, schaut mal! Love can touch us one time! Wir lassen uns nicht beirren. Ist das Freddy Krüger? Ähm... Ist das Freddy Krüger? Der sieht einfach genauso aus! Geh weg! Du wirst mich nicht in meinen Träumen verfolgen! Ugliest looking rat I ever seen! Was? Jetzt hast du meine Gefühle verletzt. Ich kann dich nicht mal schlagen. Das war einfach viel zu traurig gerade. Chao! Bis zum nächsten Mal.